Was ist Politikwissenschaft? Wir wenden uns nun der Frage zu, was das eigentlich ist, Politikwissenschaft, als eigenständige Disziplin in den Sozialwissenschaften. Politikwissenschaft besteht aus zwei Elementen, Politik und Wissenschaft, und es lohnt sich, diese beiden Begriffe zunächst erstmal zu klären. Beginnen wir mit dem Begriff Wissenschaft. Es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Es macht Sinn, da wissenschaftstheoretisch an die Frage heranzugehen. Wissenschaftstheorie unterscheidet zwischen zwei Optionen, die wir Dualismus und Monismus nennen. Dualismus postuliert, dass die Welt da draußen unabhängig von unseren Köpfen existiert, also eine unabhängige Bedeutung sozusagen hat. Monismus würde sagen, it's all in our heads, also es funktioniert alles eigentlich nur in unseren Köpfen. Ein gutes Beispiel ist ein Baum. Also der Baum da draußen existiert unabhängig von unseren Köpfen und wissenschaftliche Theorien beziehen sich auf diesen Baum. Monisten würden sagen, ja, ich kann den Baum möglicherweise beobachten und dann fangen Konstruktionsprozesse an in menschlichen Gehirnen. Das bedeutet, ich kann dem Baum den Gegenstand Ressourcen zuweisen. Oder ich kann sagen, es ist ein ästhetischer Gegenstand, der möglicherweise die Innenstadt einer deutschen Stadt verschönert oder Sauerstoffspender und so weiter. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier den Baum, wir nennen das, zu konstruieren. Wir haben also diese beiden Möglichkeiten, Dualismus und Monismus. Hinzutreten zwei weitere Möglichkeiten. Und das ist einmal Beobachtbarkeit, einmal Nichtbeobachtbarkeit. Beobachtbarkeit bedeutet, ich kann also viele Dinge in dieser Welt beobachten. Sie existieren möglicherweise unabhängig von mir. Oder es gibt eben auch sehr viele Dinge, die ich nicht beobachten kann. Das bezieht sich zum Beispiel auf Kultur oder auf Staat. Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann kann ich nicht gleich den Staat sehen. Wir haben im Fach Internationale Beziehungen, einer Subdisziplin der Politikwissenschaft, den Begriff des internationalen Systems. Also wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich das internationale System nicht gleich. Das heißt, wir haben beobachtbare Strukturen, wir haben unbeobachtbare Strukturen. Jetzt haben wir Kombinationsmöglichkeiten. Ich kann also sagen, ich gucke raus, kann beobachten und die Dinge existieren unabhängig von mir. Das ist so der Mainstream in den Politikwissenschaften, würde ich sagen. Wir nennen das Positivismus. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann den Baum beobachten. Aber dann fangen die Konstruktionsprozesse an. Also eine Kombination aus Beobachtbarkeit und Monismus. Wir nennen das Konstruktivismus. Eine wachsende Subdisziplin der Politikwissenschaft. Eine weitere Möglichkeit ist zu sagen, es existieren unabhängig viele unbeobachtbare Strukturen wie Kultur, wie das internationale System, die kausale Wirkungen haben und die aber dennoch unabhängig vom Wissenschaftler existieren. Und wir nennen das kritischen Realismus in der Wissenschaftstheorie. Eine vierte Möglichkeit ist die des Reflexivismus. Und das bedeutet, dass es eben unbeobachtbare Strukturen wie Kultur oder das internationale System gibt und dass die Position des Wissenschaftlers in diesem Prozess enorm wichtig ist. Also Monismus plus Unbeobachtbarkeit gleich Reflexivismus. Die fünfte Möglichkeit ist das, was wir Diskurstheorie nennen. Ein wachsender Strang des Forschens in der Politikwissenschaft. Diskurstheorie postuliert, dass Diskurs im Prinzip ein Synonym für Gesellschaft ist. Diskurs gleich Gesellschaft. Wir müssen versuchen, Gesellschaften zu verstehen. Ich kann nicht unabhängig denken von Gesellschaft. Schon als Säugling lerne ich, was für eine Gesellschaft wichtig ist, was für eine Gesellschaft unwichtig ist. Und ich denke sozusagen durch Gesellschaft, durch Diskurs und muss deswegen Wege finden, Diskurse zu analysieren. Wir nennen das Diskurstheorie, Diskursanalyse. Das ist etwas, was gerade junge Forscher inspiriert und ein wachsendes Feld in der Politikwissenschaft ist. Sehr diffizil, sehr stark, Bezug nehmend auf ausländische Denkerinnen und Denker, also französische sogenannte Poststrukturalisten und so weiter. Sehr viel Sozialtheorie und deswegen besonders schwierig. Vielen Dank.